Was geht ab, mein Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In der heutigen Folge sind wir von Server zu Server gesprungen, um andere Server mal zu testen und einfach dort mal die Sau rauszulassen. Und was wir in dieser Folge alles erlebt haben, das seht ihr jetzt in einem kurzen Einblick. Was ist hier los? Der Bär kommt immer näher. Der ist bei mir! Nein! Verpinkt sich! Ich bin unten! Ich hab ihn. Der Bär direkt rechts neben mir. Ja, der verfolgt mich mit einer Brechstange. Ich hasse dich, du Wichser! Lass hin pushen, lass hin pushen. Ich hab keine Kugeln mehr, Percy. Da kommt ein Spieler auf uns zu. Hat der nur ein M4 auf der Hand? Bist du das? Ähm, Diegel? Nein. An dieser Stelle würde ich jetzt einfach sagen, lehnt euch zurück. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Jetzt geht's rein in das Video. What the fuck? Was ist denn da hinten los? Dann gleich mal da rüber. Ich mit meinem Teddy in der Hand. Ich liebe meinen Teddy. Jetzt gucken wir mal, dass wir da irgendwie Interaktionen kriegen, liebe Leute. Ist ein PvP-Server hier? Scheiß, ich werde schon angegriffen von einem Bambi mit einem Heulstock. Also so ganz nette, ganz nette Spieler meinst du? Ja. Ich hab nen Teddy in der Hand. Der will auch nicht reden mit mir. Bin hier, ist ne große Fabrik, da steht irgendeine Schrift drauf. Wab, bak, kack oder irgendwie so. Meinst du, das ist die Fabrik von Willy Wonka? Ja. Bettelst du dich immer noch gegen den? Ja, ja, ich bockst, ich battle mich immer noch. Der versucht mich die ganze Zeit mit diesem scheiß Stock zu erwischen, aber er schafft es nicht. Der hat schon 20 Schläge vor mir eingesteckt. Ja, er ist tot. Richtig so. Keine Gnade. Scheiße Percy, ich brauch unbedingt Mosienschuss. Der hatte auch nen Teddybär. Ja, ich trag den Teddy grad ganz Zeit mit mir rum. Das ist mein Teddy. Den geb ich nicht mehr her jetzt. Da vorne sind Spieler. Ich hab nen Teddybär. Ich hab nen Teddybär. Ihr müsst nicht wegrennen. Ich hab nen Teddybär. Guck mal, ich sag sogar Hallo. Yo, Bro. Hallo, Dudes. Hallo? Was's up, Mann? Yo, was's up? Teufel! Teufel! Hey, Bro, was's up, Mann? You shootin? Nein. Oh, holy shit. Ich hab nen Fisch. Mal hier. Oh, nice, Mann. Danke. Percy, take one. Wohin will der? Warum rennt der weg? Warum rennt der weg? Der war freundlich. Ja, aber wieso rennt denn so einer weg? Krass. Ich war voll erstaunt, dass der so nett war zu uns. Ich, ich wollte dir mal nen Teddybär geben. So ein? Ja, siehst du? Ich seh bei dir keinen. Wie, du siehst bei mir keinen? Ach, Mann. Okay, let's go. Lul. Aber irgendeiner hat hier rumgeballert. Ja, das kam da hinten Richtung Polizei, glaub ich. Oh ja, lass mal Richtung Police. Vielleicht finden wir da jemanden, den wir unser Teddybär schenken können. Zur Not kann ich immer noch den machen. Aua. Der war für gerade. Machen wir Teddybär. Jetzt komm her. Jetzt komm her. Mein Teddy stärker. Du hast keinen in der Hand. Natürlich. Nein, ich seh keinen bei dir. Ich hab einen in der Hand. Habe ich einen? Du hast verloren. Okay. Ich geb auf. Nein! Au, hab ich dich doch noch erwischt? Drecksack. Was tun wir jetzt eigentlich? Die Frage. Noch mal ein bisschen weiter rumlaufen gerade oder? Wir suchen die verwirrten Menschen. Mal ein paar Leute anlocken. Oha. 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 Ich hab nur noch vier Kugeln. Wenn jetzt einer kommt. Wir sind tot. Ah, die Farbe des Todes. Nice. Ich hab ne SK. Da. Und. Und. Edge. Schuss. Hast du geschossen oder? Nein. Wer hat's geschossen? Wer hat's geschossen? Wer hat's geschossen? Jetzt ernsthaft? Hast du geschossen oder nicht? Ja. Ja. Ich hab nur so das Fium gehört. Ja toll. Ich brauche auch ne Waffe. Nein. Warte. Hab ich mich erschrocken? Ich hab mein Handy verlassen. Über uns. Über uns. Percy. Lass hin pushen. Lass hin pushen. Ich bin rechts von dir. Auf dem Feld schon. Lass ran da. Pionierhaus. Komm hoch da. Komm hoch da. Ja. Bin schon auf dem Weg da hoch. Ich hab nur 3 Kugeln in meiner Hand. Feuerwaffe. Warte sind das Spieler? Zombies. Das sind Spieler. Hinten bei der Halle? Ja. Bei der Scheune? Ich hab den so Hitz. Ich hab keine Kugeln mehr. Percy. aber die sind hinten an der roten halle rote halle habe ich noch irgendwas wo ich mich wehren kann ich habe mit deutschland ja ja ich brauche unbedingt eine knarre ich habe ich meine m-lock geben oh ja komm hinter die halle kommende das backsteinhaus wo bist du backsteinhaus hinter dem backsteinhaus ja dann muss ich über die straße dann sehen die mich ich renne ich renne ich renne einer ist rechts und einer und zwei sind links beide an der backsteingebäude mit dem turm job mir kurz job mir kurz die handfeuerwaffe nice okay jetzt habe ich wenigstens 12 schuss komm mit komm mit komm mit die sind hier vorne in dieser in dieser roten halle drin der eine war oben auf dem dach ist einer einer ist oben auf dem dach der eine war da hinten auf der halle gegenüber ich versuche ich versuche in die halle rein zu pushen also von der anderen seite zumindest erstmal soweit nix die waren hier vorne einer ist auf der anderen gegenüber liegenden haben da oben schuss auf uns ja das oben ich sehe ihn warte ich weiß nicht ob er mich gesehen hat ob er ein aim auf mich hat aber ich könnte ihn vielleicht mit der handfeuerwaffe so anhitten dass er dass er schmerzen hat ich habe so einen schuss kassiert ich habe zu lange gebraucht nicht gut dann habe ich ihn geht geht bei dir ja ich lebe noch ich lebe noch habe ihn gerade im beschuss genommen ich habe halbes leben ich weiß nicht ob ich getroffen habe ich brauche unbedingt mosin mon ich habe eine mosin auf rücken ohne schuss freudig ist das denn ich komme wieder zu dir ich habe halbes leben jetzt noch also one hit absolutes one hit wonder ich bin rechts von der lagerhalle ich glaube der liegt da oben noch ich gehe direkt vor die halle ja ja der guckt immer noch hierher der im direkt hierher die trägsau ich gehe mal zur treppe hin einer ist auf der anderen seite des dachs der eben genau auf mich jetzt auf meine tür okay warte mal ah ich sehe ihn ich sehe ihn ich verpasse ihn ein paar hits schießt du mal dann kann ich hin wenn ich das visier nehmen ich sehe ihn nicht der ist hinter dem baum jetzt ich habe keinen aim auf den hab ihn erwischt ein treffer der hat sich hingelegt ich kann jetzt kann man sich jetzt verbandet da muss ich bandagieren gerade ich sehe ihn wieder warte der piekt ja shit habe ich nicht getroffen nope anscheinend nicht ich renne da jetzt rüber percy was soll der geiz oh gott oh gott ich lebe doch ich kann drauf du penner okay jetzt sind wir schon mal in der halle das ist ja schon mal was ne doch doch der kann hier wenn er wenn er jetzt ein dach weiter runter geht kann er hier oben durchs fenster ballern muss man ein bisschen darauf aufpassen ich habe keine muni und ich habe ja das steht da das steht da das steht er eben der steht schon am fenster oben er steht schon da oben ich sehe ihn gar nicht doch da oder war das der baum ich sehe ihn gar nicht ach daneben ach da steht er den meinste oder dazu hits kassiert aber ich bin dead ich habe den so ins in den kopf geschossen kurze info hier an dieser stelle nachdem hier natürlich ein absolut trauriges und mitleiderregendes ende auf diesem server gefunden haben wollten wir natürlich noch einen anderen server testen gucken wir mal was hier so geht 20 slots hier auf dem airfield die beleuchtung ich habe gerade die schüsse schon bei dir nicht nur die schüsse in welcher höhe bist du jetzt ungefähr 50 meter vorm ATC bei den gastanks hast du einen rucksack auf dem schwarzen ja bin ich ich bin hinter dir bin ich zum richten bist du in tower rein nein nein okay dann bist du das nicht fuck okay nice aber der typ piekt aber auch nicht ne der schimmelt wahrscheinlich den ganzen tag da oben und macht seine kalt dieser lurch ich bin tot nice ich hätte mir irgendwo erwischt ich habe so angst abgeknallt zu werden ach nee ich bin wieder oben bei dem ein turm bei dem sendemast bei mir ist ein bär drin btf ich habe gerade gesagt hier ist ein bär aber noch nicht im ATC was ist das denn ich habe ihn der bär direkt rechts neben mir oh Türe zu Türe zu oh mein gott ich habe ihn oh gott der bär da unten hallo what the fuck hier liegen noch waffen oh ja kann ich gebrauchen bitte schuss auf mich safe aus der schule raus na wo hockst du so liebe leute wer hier auf nervenkitzel steht und mit bären kämpfen will auf mehr field währenddessen andere dich töten wollen diesen server kann ich absolut empfehlen aha da unten rennt einer das springt jetzt raus was ist das hast du mit ner weiger geschossen ne ich bin mit ner la unterwegs ich bin 100 Meter vorm ATC geile dich ich bin jetzt hier vorne bei den gas tanks und wo diese romisch komischen runden ähm bunker sind ok nice alter der bär mal oooohh ja der ist mitten im ATC also vorsicht ne ist auch nicht was der hier drin zu suchen hat aber hey was soll der geiz der bär ist neben mir nicht im ATC da hat sich doch grad irgendetwas bewegt an der schule oder nicht ich komm ins ATC rein was ist hier los der bär kommt immer näher der ist bei mir nein verbind dich ich bin unten komm hoch komm die treppe hoch nein das bin ich das bin ich wo ist der die Fresse der ist unten ach der ist ok ist wieder zu ja lass den mal dort das ist ganz gut der Typ der hier rein muss muss erstmal den Bär killen mein Herz ist in die Hose gerutscht geiler scheiß ich push mal kurz ganz los ganz oben ist safe ah ich fliege sorry unten ist einer ok WTF der hat den Bär ich würd sagen da war der Bär oder bist du bereit Percy für den Kampf ich bin allzeit bereit um Ruhm und Ehre ich glaub der sitzt hier links bei mir im Eck andere Seite einer ist einer ist einer ist der noch eine Kugel bist du tot Percy ja ich bin tot oh scheiße vor mir steht ein Bambi den messe ich jetzt mit dem Schwert den Maximus Oggi WAS oh mein Gott was hat der alles geschluckt gerade wie konnte der das überleben kurze Info hier an dieser Stelle wir sind natürlich wieder so schnell wie möglich zum ATC Tower gerannt leider haben wir dort niemanden angetroffen wir wollten unbedingt Blutrache und sind dann weiter auf dem Airfield rum gerannt im Prison ist einer drin im Prison direkt hier bei uns die sind direkt hier Wollen wir versuchen zu reden? ne ne warte mal ey ich krieg keinen Aim auf die ne oh der ist schön in der Tür drin der hat auch ne Weiger scheiße ich pushe außen rum nur um zu gucken der hat ne Nate der hat ne Nate Vorsicht apropos Nate ich kann auch ne Nate schmeißen gib mir mal Deckung nate 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 ist die zurück gerollt きて For real? Bist du tot? Du hast zwei Leute hier drin erwischt. Aber wieso bin ich explodiert? Keine Ahnung, aber hier liegen jetzt zwei Leichen. Warte, ich bin hinterm Prison, ich steppe. Vorsicht, da kommt einer zu dir, da kommt einer. Ist der Head, ist der Head, ist der Head. Ich habe gerade richtig Gulasch-Aim gehabt. Ich habe zwei Schnittwunden. Ich komme rein, ich komme rein. Alter, ich habe zwei Schnittwunden. Ich muss ganz kurz mich bandagieren. Halt du die Tür, halt du die Tür. Bei mir geht's. Ja, der Bär ist schon da. Oh mein Gott. Ich muss nachladen. Warte, ich glaube, der kann nicht rein. Warte, ich glaube, der kann nicht rein. Ey, der sieht aber geil aus. Der guckt genau oben am Fenster rein. Was ist denn mit dem? Hast du dich erschrocken? Ja. Willst du noch andere Server testen? Ja, klar. Was das für eine Frage. Ja, lass noch kurz ins ATC pushen und dann, oder? Wenn wir jetzt drauf gehen, gehen wir halt drauf. Let's gooo. Ich glaube, im ATC ist keiner mehr, ne? Obwohl, die Türen waren alle zu, ne? Wir haben die aber nicht hinter uns zugemacht, ja? Serverraum ist gut. Ich renne mit der Weigel vor. Zweiter Serverraum ist gut. Oben ist auch safe. Ja, Mann. Kein Mensch hier. Schluss auf mich. Ja, das kam aus dem anderen Turm. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, der stepped dort. Unter uns? Ich habe ihn. Ist dead. Ist dead. Ha! Habe ich ihn weggeholt. By the way, liebe Leute. Da habe ich wieder einen weggesniped. Gehen wir wieder nach ganz unten. Unten in der Halle. Sollen wir in die Halle pushen? Komm. Ab zur großen Halle. Was soll der Geiz? Ich renne gleich mal zum Netztauer hier vor. Was soll's. Irgendwie geht... Äh! Das war ich. Komm, ein Fight noch. Leben oder sterben. Ja, Mann. Aber nicht vom Bär. Wir gegen den Bär. Der ist hier schon. Der ist bei mir. Oh, der ist direkt hier vor meiner Nase. Oh mein Gott, der kann ja rein. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Easy, ja, okay. Alter. Björn, Alter. Der Bärenkiller. Komm, der Turm hier drüben noch. Neben der Schule. Hab ich denn hier erschossen? Ja, das müsste der hier sein, der da... Den hab ich weggesnagt. Hier gibt's sogar diese Steinbunker. Ja. Die kenn ich nur von Livonia. Übel gut. Muss man schon sagen, ja. Oh ja, Fliegeräusche bei mir. Oder ist das der Typ, den ich abgeknallt hab? Ich bin ganz oben. Ja, der ist despawned, bin ich auch. Deine Partie. Achso. Spieler, 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 Spieler. Ist tot. Im Turm. Dann brauchst du's auch gar nicht callen. Ich muss noch mal schießen, weil ich glaub nämlich, der ist nur... Ja, der war nur ein Kantsch, das jetzt ist ein Bären. Da war er dran. Was will der Bär jetzt hier? Kommt der hier hoch? Ich glaub nicht. Doch, er schafft es hier hoch. Was? Der ist schon in der ersten Phase... Oh! Stirb! Niemals. Doch, er ist schon die Treppen hochgekommen. Tatsächlich. Dreckt der. Geht's dir gut, Percy? Äh... Frag mich das nochmal. Warte. Greiße. Jetzt kann ich da nicht mehr runter. Ach, verdammt. Wie verdammt. Oh, shit. Geht's dir gut. Was? Was? Ach, Mann, nein. Percy, da fällt mir natürlich nichts anderes dazu ein, liebe Leute. Außer, dass wir jetzt ganz entspannt den Server wechseln und einen neuen für euch suchen. Kurze Info hier an dieser Stelle, nachdem wir jetzt eine absolute PvP-Action hatten, den Server kann ich auf jeden Fall mega empfehlen. Wir hatten auf jeden Fall mega viel Spaß da drauf. Dachten wir uns, wir joinen mal einen PvE-Survival-Server und, ja, schaut mal, was da passiert ist. Ich hab jetzt auch noch keinen Stadtnamen gesehen. Du bist aber raus aus der Stadt gelaufen, oder? Ich bin raus aus der Stadt, ja. Ist links von dir das Wasser? Ja, links ist, ja. Links ist neben mir das Wasser. Bist du das sicher? Warte mal, ihr schießt mal, hört ihr mal von euch den Schuss? Oh ja, hab ich gehört. Ultra-lar. Gar nicht. Nee, Spaß. Ich hab gar nichts gehört. Spaß. Ich hab jetzt aber auch gedacht, was... Oh, der Abend wird gut. So, liebe Leute, ich probiere jetzt, Percy zu erschrecken, indem ich auf ihn zurenne mit der Brechstange und einfach zuschlage. Ich hoffe, dass es aufgeht. Ich weiß nämlich nicht, wie er reagiert. Cerno, Balota, Camerobo, Kamenka, Deleno, Pavlovo. Also, Percy, ich hab keine Ahnung, wo du bist, ne? Weil ich renn grad die Straße auch hoch. Also, in deine Richtung zumindest. I think so. Also, vier Kilometer vor mir... Ich bin ein Kilometer vor Berenzino. Vor Berenzino? Also, wenn ich jetzt nach links laufe, über den Bahngleis, bin ich ein Kilometer vor Berenzino. Das heißt, ja, bist du aber Richtung, Richtung... Ich laufe Richtung Zornici runter. Ah, okay. Also bist du schon ein Kilometer aus Berenzino raus? Ja. Ja. Okay. Das heißt, ich müsste vier Kilometer vor Cerno sein. Leute, Leute, da vorne rennt... Da ist ein Spieler nach links gelaufen. Da rennt er, da rennt er, da rennt er. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Bist du gerade bei so zwei, drei kleinen Häusern? Was? Bist du bei zwei, drei kleinen Häusern gerade? Nein. Ich bin noch auf der... Ich renne noch auf der Straße. Warum? Was ist bei dir? Ich habe einen Spieler gesehen. Der hat mich gesehen und direkt nach die Häusererei ist reingepusht. Oh, scheiße, okay. Schieß bitte nicht auf mich. Ich bin noch so freundlich. Hat er eine Waffe oder wie? Ja, der verfolgt mich mit einer Brechstange. Nein, mein Freund. Ey, warte mal, bist du da? Ich hasse dich, du Wichser. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich brauche eine Kippe. Leck mich. Du bist ein Arsch. Ey, wer ist das denn jetzt hier? Hier ist noch ein Spieler. Tatsächlich. Hello, buddy. Yo, bro. Was up, man? What you doing here alone? Hi, mein Freund. Hey, bro. Was up? Hi, Tiny. Hello. What you doing alone here in this cold area? Oh, shit, okay. You fight? Yeah. Uh, no. Well, hier in my friend are a military base and it had a bunch of zombies and apparently I got glitched into like a circle around them and I couldn't move so I kind of died. Oh, shit, okay. So, Bohemia, thanks for this game, man. Thanks for nothing. Yeah. Yeah, okay, man. So, good luck. We have to go. Yeah, good luck to you. Yeah, stay safe. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Percy, mein Alter. Du bist trotzdem ein Arschloch. Warum bist du so schreckhaft? Keine Ahnung. Sie hat mich geprägt. Ach, geil. Hast du was zu essen? Ich bin dann vor Hunger. Ja, warte. Liegt hier auf dem Boden. Ja, das war Tetra, ne? Aber... Ja, mach das mal. Ja, warte hier. Und Tetra werde ich... Damit man auch mal checkt, was jetzt mit ihm ist. Ich brauche was zu essen. Oder wie es hingeht. Keine Medis. Das ist das Einzige, was du dir in den Mund schieben kannst. Ja, warte, dann schiebe ich dir jetzt mal was in den Mund. Hier, nimm die Drogen und werd glücklich. Ich habe dir Morphin gegeben. Und ich habe dir Multis gegeben. Jungs, betreibt ihr euch jetzt rum? Geh mal schnell die Häuser da vorne. Wo seid ihr? Berenzino, Oskar. Warte, warte, warte. Okay, jetzt, let's go. Okay. Ich muss sagen, ich glaube, der Kampf geht an dich. Rennst du? Ja. Ich bin schon gelb. Ey, wo rennst du hin? Und ausweichen. Mike Tyson hier. Mohammed Ali. Hier. Tanz wie eine Biene. Stech... Äh, nee. Tanz wie ein Spätting. Stech wie eine Biene. So rum war das. Liebe Leute, ich habe nur halb Leben. Ich bin tot. Ich bin tot. Und ich habe ihn. Da ist er. Zu Boden gegangen. Ich habe gewonnen. Let's go. Und der Siegestanz natürlich. Liebe Leute, die Leiche liegt vor... Bist du tot? Ich bin komplett tot. Er ist tatsächlich tot. Ich war schon angeschlagen. Scheißen Mörder. Ohne Witz. Herzlich Glückwunsch. Hörst du ein? Ich bin raus. Ich nehme die Brechstange. Ich bin dead. Und da kippe ich um. Kurze Info hier an dieser Stelle. Nachdem ich Percy natürlich aus dem Leben geboxt habe, haben wir den Server noch einmal gewechselt. Wir sind auf dem Blackout M8 Deathmatch Server gewechselt und schaut, was da passiert ist. Nice Leute, jetzt lasst mal was reißen hier. By the way, liebe Leute, wir sind auf dem M8 Server Blackout. Und hier geht's ab mit Tissi und so. Ihr wisst Bescheid. Ich bin dead. Ach, der Spiel hat sich aufgegangen. Alles klar. Bei mir steppt einer. Bei mir steppt auch einer. Bist du in dem gelben großen Haus? Ja. Ja, da bin ich drin. Okay, bin ich. Alter, jetzt hätten wir uns beinahe noch selber über den Haufen geballert. Ich loote mich mal ganz kurz. Schieß mir nicht in den Rücken. Alter, der ist voll ausgestattet hier. Ich habe noch gar nichts. Boah, wie geil. Ich habe endlich mal eine taktische Wester. Guck mal hier rein. Guck mal hier rein. Wo rein? Da. Da hinten durch sind die Kaffee. Was will ich mit dem Schmutz? Oh, hier ist eine Mosin. Okay, ich bin einigermaßen ausgestattet. Warst du oben schon? Ganz oben? Nee, ich bin von unten weitergekommen. Tür ist so auf dem Dach. Okay, Dach ist safe. Oh, scheiße. Da unten läuft ein Spieler. Der ist unten in der Halle drin. In der Garage. Ich bin im Tekken-Beutel drin. War aber noch ein Bambi. Was machen wir jetzt mit dem? Tö. Irgendermaßen. Einfach. Voll der Arme, Mann. Wenn du reden willst, dann rede. Nö. Jetzt wird getötet. Du bist hier. Ich bin auf dem Dach. Ich gehe ins Füßen rein. Da ist er, da ist er, da ist er. Der pusht, der pusht, der pusht. Der ist gleich drin. Ich muss nachladen. Ich habe mich nachgeladen, Bro. Ich hoffe, das war keiner von euch. Oh, geil. Plattenweste direkt mit Granaten. Jetzt geht's los. Der ist irgendwo da unten. Irgendwo da im Busch. Hinterm Baum. Ah, nee, der ist dead. Der liegt da schon. Ja. Okay. Was hat denn hier auf der Seite alles? Oh, ein M4. Der M4-Gott hat meine Gebete erhört. Ich habe sogar ein Double-Map-Zone gehabt. Ich bin ja gespawnt und erschossen worden. Gelbes Tag sind wir. Wo habe ich denn das M4-Mack? Ach, hier. Wo ist denn das selbe? Ich denke, Leute. Das ist so ein Offiziers, großes Offiziershaus oder was das sein soll. Mami, auf mich wird geschossen. Wir sind halt mal hart viele Plattenwesten, ne? Jo. Oh. Scheiße, was ist da unten los? Komm, lass den mal pushen da unten. Der, der pusht weg, der rennt weg. Oh, aim, aim, aim. Hat ein Hit. Der ist vorne an der Mauer. Da, da rennt er, da rennt er. Ich bin neben euch, glaube ich. Weiß nicht. Hat ein Hit. Da sind da lange alle drinnen. Ich spiele hier vorne, bei uns. Direkt bei uns. Nein, 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 nein. Da, ich sehe, du hast mich erschossen. Percy, nein. Ich gehe mal kurz prinkeln. Ich gehe kurz prinkeln. Da kommt ein Spieler auf uns zu. Ist der hat, ist der hat. Hat der nur der M4 auf der Hand? Ne, ne, ist der hat. Oh, auf mich schon geschossen. Ich brauche unbedingt von Percy seine M4. Okay. Ja, läuft ja schon mal gar nicht so schlecht hier an der Stelle. Ah, da vorne rennt einer. Äh, Double L-Barack hier vorne. Ja, er, er, er pusht rein. Der steht direkt da davor. Hast du gesniped von oben? Ah, okay. Oh, da ist noch einer mit einem roten T-Shirt. Vorsicht. Ist der hat, ist der hat, ist der hat, ist der hat. Oh nein, du hast dich getradet, oder? Ja, ich bin jetzt schon wieder da. Ach, ich bin bei dir gespawnt. Shit, ich habe keine Waffe mehr. Und hier an dieser Stelle wurde mir natürlich absolut der Arsch aufgerissen. Ich wurde abgeknallt. Ich spaw neu. Let's go. Ich habe jetzt eine Waffe. Ja, Mann. Ich auch. Was? Ich würde Stips werden. Könnte ich sein. Neben dir. Bin mir nicht sicher. Äh, bist du das? Äh. Bist du das? Ähm, Diegel? Nein. Ah, nee. Das ist BKB da bei mir. Holy Scheiße. Was ist denn hier los? Also liebe Leute, das ist auf jeden Fall ein sehr chaotischer Server hier. Wenn ihr Action wollt, dürft ihr gerne hier mal drauf joinen. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr einfach nur mal hier Aggressionen rauslassen wollt. Hast du die Schüsse gehört? Ähm, bist du das? Äh. Ey, ich kann nur nicht weg. Gib mir mal kurz Deckung. Ich lauf da hin und schmeiß oben ins Fenster. Ich hab nur 4 Schuss Ich bin safe dead Ich hoffe es ist ein Spieler im Termin Ja hab es gesehen Ist schlecht Oh scheiße Spieler vor mir Ist dead Komm rein ins Prison ich bin im Prison Scheiße ich hab gedacht der vor mir wärst du gewesen Nein Ey der war gar nicht tot Was redest du Komm 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 ran Prison safe Ich push runter Aua 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 Ich muss mich finden Mach das mal ich push hoch Ach ich bin oben Wo ist einer Hier ist noch einer Ich hätt grad fast geschossen Der hat sich safe ausgelockt Ne das war ich oder Du warst das schon oben Oder? Nein Schüsse bei uns Schüsse bei uns Wir werden hier sterben Jake Money Mit grünen Rauch Ja Bist du das? Nein ich bin das nicht Wer ist denn da drinnen? Ach im Prison seid ihr? Ja wir sind im Prison Da ist noch einer Da ist noch einer Okay okay Ich komm jetzt rein Ich hab einen draußen geschossen Ich komm rein ich komm rein Ja ich seh den Namen Mach mal zu Ja Und dann gleich mal die Nate da weg Weil ich seh gar nichts Hm ich seh auch kaum was Warte Na ja passt schon Oh da ist einer Der pusht halt einfach raus Noise macht das voll intelligent Guck mal Der legt sich einfach zwischen die Leichen hin Sieht aus wie ein Toter Ich bin da Ich bin da Oh da ist er Nein Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ist der rechts Oder ist der links Ich bin tot Nein noise is dead Ich seh ihn glaube ich Ah da Ja ich seh ihn auch Warte kurz Ja da Crouch der gerade drinnen Rechts an der Tür Ist das Jo Du auch Muss ich kurz noch binden Nein nein Ich schläg noch Ich kann da wohl nicht mehr kacke Ich bin gelb mit leben Ich bin auch wide Hat ein Hit der Typ da draußen Jo Der aimt aber wieder direkt hier rein ne Habe ich ihn? Ich weiß es nicht kann sein Pass auf Ne 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 der ist immer noch da Der Sack Der aimt direkt hier ran Nein Oh das war knapp Oh das war knapp Oh scheiße Ich hab einen Schritt runter Komm hoch Ich muss mich ganz kurz bandagen Oh scheiße hier 5 fps Aller Und da ist einer Arschen tot Ich bin direkt beim Frösen gespawnt Ja vorsicht ich hab Ich hab eine Schnittwunde und rotes Live Oh shit da kam der Nate angeflogen Ich hab keine Waffe Ich muss mich kurz bandagen Ja ich bin tot Ja ich bin tot Also alles was da reinkommt Ich bin direkt zerberzen Nein Nein jetzt pusht er mich Ah traurig So liebe Leute wir wären dann auch schon wieder am Ende von diesem Video Über eine Bewertung und Kommentare Würde ich mich natürlich mega freuen Und wie gewohnt Hier in der Endscene Habe ich noch andere DayZ Videos für euch verlinkt Schaut doch da einfach mal rein Vielleicht findet ihr das ein oder andere gute Video Und in diesem Sinne würde ich sagen Bleibt geschmeidig Bis zum nächsten Mal